Ich habe mir vorgestellt, ich komme in einen Raum und du sitzt schon da. Das Licht scheint von hinten auf die Tischplatte und ich setze mich zu dir. Du sitzt da an dem Tisch, deine Hände sind auf der Tischplatte und du schaust verlegen auf den Tisch. Ich frage mich, ob du dich daran erinnerst, als wir damals im Park spazieren waren und ich frage mich, ob du noch weißt, warum ich dir damals nicht sagen konnte, wieso ich gehen musste. Du schaust mich immer noch nicht an. Ich will den Mund öffnen und etwas sagen, aber irgendwie kommt da nichts raus und irgendwie hoffe ich auch, dass du derjenige bist, der jetzt etwas sagt. Hallo waren die ersten Worte, die ich rausbrachte, beziehungsweise das Wort. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Das war's. Stille. Ein schüchterner Blick kommt von dir und ich bin verunsichert. Hätte ich das nicht sagen sollen? Hätte ich vielleicht dich einfach weiter anschweigen sollen? Warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Was will ich hier und wieso sitze ich hier? Und irgendwie macht es mich total traurig, dass wir jetzt hier sitzen an dieser Tischplatte, während das Licht von hinten auf uns und auf die Tischplatte scheint. Ich glaube oder nein, ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin, sagst du. Auf einmal löst sich etwas in mir. Ich glaube, es ist der Kloß in meinem Hals, der die ganze Zeit da war, den ich aber nicht so richtig zuordnen konnte. Ich auch, sage ich. Und nun sitzen wir da und schauen uns einfach an. Dein Blick streift immer wieder an mir vorbei, aber länger als ein paar Sekunden hältst du es nicht aus. Ich beginne langsam, mich auf dem Stuhl hin und her zu bewegen. Deine Haar fällt dir ins Gesicht und wieder fallen mir die grauen Härchen auf, die du damals noch nicht hattest. Damals, als wir im Park spazieren waren und ich dann gegangen bin und nicht erklären konnte, wieso ich gegangen bin.